Was ist hypertensive Enzephalopathie? Eine der Komplikationen von schwerer Hypertonie oder Bluthochdruck wird als hypertensive Enzephalopathie bezeichnet. Diese Komplikation tritt auf, wenn das Gehirn nicht genug Blut erhält, um Leben und Funktion aufrecht zu erhalten. Es ist wichtig, die hypertensive Enzephalopathie von anderen cerebrovaskulären Erkrankungen wie Cerebraler Ischämie, Schlaganfall, Delirium, Krampfanfall und uchemischer Enzephalopathie zu unterscheiden, da die Behandlung unterschiedlich ist. Ohne Behandlung kann eine hypertensive Enzephalopathie innerhalb weniger Stunden zum Kummer oder zum Tod führen. Dies ist der Grund, warum es als hypertensiver Notfall bezeichnet wird. Hypertensive Enzephalopathie ist sehr selten und betrifft nur 1% der Menschen, die an langjähriger Hypertonie leiden. Die betroffene Person ist in der Regel männlich und mittleren Alters. Als Oppenheimer und Fischberg 1928 erstmals den Begriff hypertensive Enzephalopathie verwendeten, bezogen sie sich auf eine Konstellation von Symptomen, zu denen schwerer Blutduchdruck, akute Nieren- oder Nephritisentzündung und zerebrale Dysfunktion gehörten. Zerebrale Symptome, die diese Art von Enzephalopathie begleiteten, betrafen in der Vergangenheit zerebrale Blutungen, vorübergehende Ischämie, Schwindel- und Kopfschmerzen. Diese Symptome waren alle mit maligner Hypertonie verbunden, einem Symptom, bei dem entweder eine bekannte hypertensive Person einen plötzlichen Anstieg des Blutdrucks erleidet oder eine zuvor nicht hypertensive Person einen plötzlichen und unvorbasierbaren Anstieg des Blutdrucks. Die Definition der hypertensiven Enzephalopathie wurde jedoch geändert. Es bezieht sich nun auf die vorübergehende und reversible neurologische Dysfunktion bei einer Person, die sich in der maligen Phase des Blutduchdrucks befindet. Andere Ursachen für diesen Zustand sind akute Nephritis, plötzliche Nichtaufnahme von blutdrucksenkenden Arzneimitteln, Cushing-Syndrom, Feuchromozytum und Nierenarterienthrombose. Schwangere Frauen, die an Präklampsi oder Eklampsi leiden, sowie Drogenkonsumenten, die Kokain, Lysaxoridithylamid und Amphetamine einnehmen, sind ebenfalls von dieser Erkrankung betroffen. Eine Person mit dieser Erkrankung würde über plötzlich auftretende starke Kopfschmerzen, Schwindel, Verwirrung, verschwommenes oder gestörtes Sehen, Übelkeit, Erbrechen und Krampfanfälle klagen. Wenn der Arzt die Augen des Patienten untersucht, wird ein Papillonödem oder eine Schwellung der Papille zusammen mit Blutungen, Watteflecken und Exudaten beobachtet. Diese Ergebnisse der Funduskopie werden zusammenfassend als retinale Veränderungen der Stufe IV bezeichnet und bedeuten einen Anstieg des intrakraniellen Drucks. Wie diese Art von Encephalopathy behandelt wird, kann durch Ihre Pathophysiologie erklärt werden. Normalerweise wird der Blutfluss durch das Gehirn trotz Änderungen des arteriellen Drucks aufrechterhalten. Selbst wenn beispielsweise der systolische Blutdruck eines Individuums von 60 auf 150 Millimeter Krebsilber ansteigt, wird die Blutversorgung aufgrund eines als Autoregulation bezeichneten Prozesses nicht beeinträchtigt. Dies liegt daran, dass sich die kleinen Blutgefäße, die als Arterionen bezeichnet werden, als Reaktion auf einen Blutdruckabfall verengen, während sie sich als Reaktion auf einen Blutdruckanstieg erweitern. Wenn der autoregulatorische Mechanismus im oberen Bereich des Blutdrucks versagt, ist das Ergebnis eine Erweiterung der Blutgefäße und eine übermäßige Perfusion oder Hyperperfusion des Gehirns? Ziel der Therapie ist es daher, den Blutdruck zu senken, um die normale Durchblutung wieder herzustellen. Die Behandlung der hypertensiven Enzephalopatie beinhaltet die Verabreichung von Medikamenten auf parentalem Weg. Zu diesen Medikamenten gehören Nicodipen, Labetalol und Nitroproxid. Sie helfen, indem sie die Blutgefäße erweitern und dadurch den Blutdruck senken.